In der heutigen Zeit wird die Bedeutung der präventiven Zahnheilkunde immer wichtiger. Immer mehr Menschen erkennen, dass es einfacher und kostengar ein Viertlänstiger ist, Probleme im Mundraum zu verhindern, anstatt sie Sparta behandeln zu mal ein Viertläsern. Präventive Meinahmen helfen nicht nur, Karies und andere Zahnprobleme zu vermeiden, sondern tragen auch zu einer besseren Mundgesundheit und insgesamt zu einem besseren Wohlbefinden bei. Die Bedeutung der präventiven Zahnheilkunde liegt darin, dass sie darauf abzielt, Zahnprobleme zu verhindern, bevor sie a ein Viertel beraubt auftreten. Dies umfasst Meinahmen wie regelmaeige Zahnarztbesuche, professionelle Zahnreinigungen, eine gesunde Ernährung und eine gute Mundhygiene. Indem man fra ein Viertel zeitig handelt und regelmaeig Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, kann ihnen viele Probleme im Mundraum rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Zu den Strategien FA ein Viertel R eine gute Mundgesundheit, GHRTS, regelmaeig zum Zahnarzt zu gehen. Jahreliche Vorsorgeuntersuchungen sind entscheidend, um eventuelle Probleme fra ein Viertel zeitig zu erkennen und zu behandeln. Der Zahnarzt kann dabei nicht nur bestehende Probleme behandeln, sondern auch präventive Meinahmen wie Zahnversiegelungen oder Fluoridbehandlungen durchfahre ein Viertel Renn, um das Risiko von Karies zu reduzieren. Auch eine gute Mundhygiene ist von Groaier Bedeutung FA ein Viertel R die Mundgesundheit. Zahnarzt sollten mindestens zweimal taglich GA ein Viertel endlich geputzt werden, idealerweise morgens und abends. Dabei sollten auch die Zahnzwischenraum E nicht vernachlassigt werden, um Plagg und Karies vorzubeugen. Da RA ein Viertel BER hinaus ist es wichtig, regelmaeig Zahnseide und Mundspareinviertelungen zu verwenden, um die Zahnarzt und das Zahnfleisch gesund zu halten. Eine gesunde Ernährung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle FA ein Viertel R die Mundgesundheit. SA ein Viertel R und SA urehaltige Lebensmittel kann ihn zu Karies FA ein Viertel Renn, daher ist es ratsam, den Konsum von zuckerhaltigen Getränken und Snacks zu reduzieren. Stattdessen sollten mehr Obst, DEMA ein Viertel SE und Vollkornprodukte gegessen werden, um die Zahnarzt zu stärken und die Bildung von Plagg zu reduzieren. Da RA ein Viertel BER hinaus kann ihn spezielle präventive Mainamen wie Zahnversiegelungen oder Fluoridbehandlungen dazu beitragen, das Risiko von Karies und anderen Zahnproblemen zu reduzieren. Zahnversiegelungen werden auf die Kauflatschen der Bakenzer Näh aufgetragen, um sie vor Karies zu Scha ein Viertel 10, Wachendfluoridbehandlungen helfen Karnäen, die Zahnähe zu stärken und vor SA urehangriffen zu Scha ein Viertel 10. Insgesamt ist es wichtig, präventive Mainamen fra ein Viertel zeitig zu ergreifen, um die Mundgesundheit zu erhalten. Indem man regelmaig zum Zahnarzt geht, eine gute Mundhygiene praktiziert, eine gesunde Ernährung, ein HLT und spezielle präventive Mainamen nutzt, kann man viele Probleme im Mundraum vermeiden und ein strahlendes Latschellen behalten. Zusammenfassend ist die präventive Zahnheilkunde von Groaier Bedeutung FA ein Viertel eher die Mundgesundheit. Durch regelmaigige Vorsorgeuntersuchungen, eine gute Mundhygiene, eine gesunde Ernährung und spezielle präventive Mainamen kann Ihnen viele Zahnprobleme vermieden werden. Es lohnt sich also, rechtzeitig aktiv zu werden, um ein strahlendes Latschellen und eine gute Mundgesundheit zu erhalten.